The Hole in the Ground Irland soll das ganze glaube ich spielen und sie lebt in einem alten Haus an einem riesigen Wald. Nach einem Streit läuft der junge Chris in den Wald, verschwindet, kehrt aber kurz darauf unverändert wieder und das Leben geht seinen Gang. Allerdings wird es zunehmend unheimlicher, weil sie an dem Jungen kleine Veränderungen bemerkt. Erst unscheinbar und dann immer mehr und an dieser Stelle beende ich gerade den Inhalt weiter zu beschreiben. Was ich jetzt gerade erzählt habe, passiert so in der ersten halben Stunde. Vielleicht sei noch erwähnenswert, dass das titelgebende Hole in the Ground ein riesiges Loch im Waldboden ist, das Sarah auf der Suche nach Chris findet und da sei der Inhalt beendet. Wir haben es hier wieder mit einem Titel zu tun, der für mich unter den Oberbegriff Teufelskind fällt. Das heißt, wir haben hier ein unheimliches, merkwürdiges Kind, das sich eigenartig verhält und eine Mutter, die dem gegenübersteht, eigentlich natürlich nicht logisch erklären kann, was stimmt da nicht, was geht da vor. Und wir müssen uns natürlich fragen, geht es hier irgendwie übersinnlich zu Gange? Ist irgendjemand hier verrückt? Wird irgendwie geträumt? Es gibt ja die üblichen Filmklischees, die man da zur Rate ziehen kann. Und egal welches Klischee oder so man sucht, man wird es in diesem Film finden. Aber wie gesagt, eingangs, sie funktionieren. Was mich selber am meisten genervt hat, ist dieser Effekt, dass man Musik bis auf einen quasi Tinnitus erzeugenden Dröhnlaut anschwillen lässt und dann wieder still werden lässt. Das macht der Film einige Male. Jumpscares haben wir da drin. Ist völlig okay, weil es sehr dezent eingesetzt wird. Es gibt aber ein paar. Ansonsten halt gibt es öfters Dinge, die von einem Kind getan werden und die beziehen ihren Grusel eben aus dem Umstand, dass es ein Kind ist, dass das Ganze tut. Aber für mich, gerade auch in meiner Funktion als doch noch recht junger Vater, nicht junger Mensch, aber junger Vater, erkenne ich, dass der wahre Horror hier in einer anderen Sache liegt. Nämlich, wir haben hier eine Mutter, die mit ihrem Kind zusammenlebt und das Kind macht unheimliche Dinge. Die Mutter liebt das Kind, kann natürlich nicht wirklich ernsthaft glauben, dass da irgendwas Böses im Gange ist. Aber gleichzeitig häufen sich die rationalen Punkte und Signale und die Verzweiflung, quasi das eigene Kind zu verdächtigen, ratlos zu sein und eben das Ausgelieferte dieser Situation natürlich noch unterstrichen, dadurch, dass man es keinem sagen kann. Weil natürlich, wenn die Figur zu irgendwem geht, mit meinem Sohn stimmt was nicht. Das ist das, wo ich den wahren Spannungsfaktor oder das wahre Interesse an diesem Film habe. Des Weiteren, ich muss ihren Namen ablesen, Sienna Kirstlake spielt die Hauptrolle. Ich kenne sie nicht, habe sie nie vorher gesehen, aber ich will sie wieder sehen. Sie spielt so ein taffes Muttertier und sie ist eine so kraftvolle Figur. Der ganze Film ist bleich, dezent gehalten. Das heißt, hier war kein so großes Budget im Anmarsch. Aber er braucht auch keines für große Effektinszenierungen oder so. Der Film arbeitet mit einer sehr tristen, furchtbar grauen Atmosphäre, mit simplen Stilmitteln. Zum Beispiel einfach nur der Junge rennt eben in den Wald und sie rennt hinterher. Und es gibt eine Passage, wo sie einfach nur alleine nachts im Wald rumstiefelt. Und das ist bei fauchendem Wind, das ist schon sehr effektiv. Und insgesamt hat der Film hier und da ein paar Klischees zu viel drin. Aber man will halt die Lösung wissen. Ich finde es auch gut, das ist das, wo ich mich jetzt, kommt kein Spoiler, wo ich mich bei Ass oder Wir ein wenig gestoßen habe. Es ist okay, wenn ein Film alles erklärt. Es ist okay, wenn ein Film alles offen lässt. Bei Ass fand ich diesen Mittelweg, wie der Film aufgelöst wurde, nicht ganz so gut. Hier, finde ich, wurde richtig gewählt. Ob man damit so zufrieden ist, ist was anderes. Aber mir hat es gefallen. Und generell sei einfach gesagt, das hier ist ein kleiner Film. Ich glaube auch nicht, dass der groß, breitflächig startet. Aber wer die Möglichkeit bekommt, ihn zu sehen, kann dem durchaus eine Chance geben. Ich denke mal, ein riesiges Highlight ist es nicht. Aber er macht eben aus den gegebenen Mitteln doch das Beste. Und liefert wirklich anderthalb sehr spannende Kinostunden. Ich bin jetzt so ein bisschen zwischen meinen üblichen Wertungspunkten gehalten. Zwischen drei und vier Punkten. Mache noch drei von fünf Punkten. Aber mit einer ganz starken Tendenz nach oben. Und wer sich in dem Genre und wer sich für das Genre sehr interessiert, sollte definitiv mal einen Blick drauf werfen. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Oder habt ihr von diesen Horrorfilmen mit Gruselkindern genug? Man muss ja mal bedenken. Friedhof der Kuscheltiere hat eine ähnliche Thematik. The Prodigy hatte eine ähnliche Thematik. Und Loronas Fluch hat scheinbar so ein bisschen in diese Richtung. Ich habe noch nicht gesehen. Also das Thema ist ausgelutscht. Habt ihr genug davon oder wollt ihr mehr? Das dürft ihr mir erzählen in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.